hey leute heute mal kurz ein kleines video zu dem addon world quest groupfinder ich finde es riesig und super addon für alle welt quest muffeln kurz erklärt link mache ich dann unten mit rein reiten kurz in die welt quest hinein dass ihr seht wie es arbeitet ja mund schwingen befreiung ab geht's zack mal ja noch an den leuten vorbei welt quest kommt geht auf das set on meldet sich schlägt mir die gruppe vor ich gehe auf annehmen ganz viele schon drin so leute hier die einstellung zum world quest groupfinder eigentlich selbsterklärend und total einfach ich würde sagen brauchen wir nicht großartig eingehen interface addons stellt sich ein wie ihr wollt lesen könnt ihr alle selber seht ihr schon wieder die nächste einladung im welt quest gebiet gerade angekommen bämm war es da bämm nehme ich an und los geht's hier geht es um alles weghauen was noch ist gucken mal ganz kurz welt quest ah ich finde es riesig dieses addon seht ihr acht prozent ich habe noch nie mal auf irgendwas eingehauen also mit hier das ist nicht ganz so aussehen das würde ich gar nicht machen wunderbar also für jeden ich würde es allen empfehlen die genau solche welt quest muffels sind wie ich es nervt einfach nur alleine so was zu machen der gruppe das set on sorry man kann sich halt nur versprechen das hat man reißt alles mit was man irgendwie geht an weltquests schneller kann man es nicht machen wie oft bin ich in irgendeine gruppe gekommen wo es in irgendeinen npc ging in großen gesuchten war gerade noch bei drei prozent oder vier ich kann nur so ein cast aufgemacht bämm weg quest fertig hier spiele jetzt wie lange läuft jetzt das ganze 20 sekunden 30 sekunden bin schon bei 56 prozent schneller geht es nicht also wenn ich mir überlege dass ich das ja alleine hätte machen wollen meine güte und natürlich kann man das alles über gruppe fahndern von blizzard selber machen aber mit dem dungeon browser aber was ist denn schöner einfach automatisch in die gruppen und fertig so wie ich im weltquest gebiet stehe kann man noch schneller einstellen indem man halt wirklich im interface ich zeige es euch nochmal hier den häckchen rein macht da wird man automatisch eingeladen damit muss man immer mehr annehmen so wie ich es vor uns gemacht habe ich mache es immer raus weil ich doch ab und zu mal durch weltquest gebiete reite und so und ich nie jedes mal die gruppen klar eingeladen werden will zack fertig schneller geht es nicht zum schluss einfach gruppe verlassen zack man ist wieder alleine guck mal hier mal noch den nervischen da ist er weg kommt da her weil ich in eine andere instanz geladen worden bin in eine andere sphäre super weltquest fertig cheerio so das war mein kleines video zu wordpress groupfinder ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr noch mehr sehen wollt zu allen möglichen da uns die ich noch so online stelle abonniert mich lasst einen daumen da ich hoffe wir sehen uns bald